Hertha BSC setzt auf einen Neuanfang. In Zukunft soll mehr auf junge Talente, dafür aber weniger auf teure Stars gesetzt werden. Aus der Not wird quasi eine Tugend gemacht, denn finanziell sieht's richtig düster aus. Ca. 211 Millionen Euro Verlust haben sich in den letzten drei Jahren angehäuft. Dieser Weg ist alternativlos, um wieder auf gesunden Beinen zu stehen. Früher hat es schon super geklappt. Prinz Boateng feierte 2005 sein Debüt. Er brachte Mentalität rein. Nach einer Reise quer durch Europa ist er wieder zurück daheim. Oder Patrick Ebert, ein quirliger Flügelstürmer. Er bestritt über 150 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot. Das waren typische Straßenfußballer. Sie kickten in den Berliner Käfigen. Ich finde, so Typen braucht Hertha wieder. In der Stadt steckt extrem viel Potenzial. Schauen wir uns das mal genauer an. Also, los geht's. Berlin ist die Hauptstadt des Straßenfußballs. An jeder Ecke wird gezockt. So ein Käfig wie dieser hier ist ganz typisch. Die sind in der ganzen Stadt verteilt. Der Boden aus Beton, ein Zaun außenrum, Metalltore. Das Spielfeld ist klein und eng. Für Jugendliche ist das der beste Ort, um Fußball zu lernen. Denn der Vorteil ist, das Spiel ist schnell und hektisch. Die Jungs müssen oft ins Dribbling gehen, schnell reagieren. Und überlegen, okay, wie kommt man jetzt am Gegner vorbei? Sie lernen, selbst Entscheidungen zu treffen. Patrick Ebert ist dort aufgewachsen, Zitat. Einmal hab ich als kleiner Scheißer einem 18-Jährigen einen Beinschuss verpasst und wurde dann sofort auf der Steinplatte umgehauen. Ja, da geht's halt dann hart zur Sache. Sie müssen sich gegen Ältere durchbeißen. Sie müssen über ihre Schmerzgrenze gehen. Und dann gibt's auch mal blutige Knie. Das härtet ab. Es ist quasi, ja, das Recht des Stärkeren. Das Gute ist, es gibt keine Vorgaben. Es gibt keinen Trainer, der sagt, wo die Jungs jetzt hinzulaufen haben. Man ist auf sich allein gestellt und auch die Taktik ist komplett egal. Sie müssen auf ihren Instinkt hören und so wird man dann zum Individualist. Tja, im deutschen Fußball fehlen halt diese Straßenkicker. Paul Dardai hat bei Hertha BSC lange die Jugend trainiert. Schon 2017 warnte er, nur das Training im Verein reicht nicht, Zitat. Ich sehe in den U15-Mannschaften in Berlin so viele Kinder, die nur einen starken Fuß haben. Links oder rechts. Ja, laut ihm kann man in der Bundesliga nicht alles mit dem Außenriss lösen. Ist ja irgendwie auch logisch. Der Fußballkäfig ist die härteste Schule. Man bekommt dort nichts geschenkt und da verbessert sich dann auch die Technik. Prinz Boateng hat dazu in der Doku erzählt, dass er sich 80 Prozent seines Ehrgeizes im Käfig geholt hat. Hertha BSC weiß natürlich, wie wichtig diese Subkultur ist. Man veranstaltet mit Fan-Initiativen ein Kinderturnier auf der Straße. Dort ist dann Fairplay wichtig. Mit den Kindern wird geredet, wie man darauf reagiert, wenn's Streit gibt, damit man sich eben nicht prügelt. Der Rest bleibt gleich. Sie können zocken, Dinge ausprobieren und so dann auch besser werden. Das ist, finde ich, eine gute Sache. Hertha arbeitet an der Basis. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja dann auch bald wieder mehr Straßenfußballer. Das würde auf jeden Fall perfekt zu Berlin passen. Bei Hertha BSC soll ab sofort die Identifikation im Fokus stehen. Jeder soll die Klub-DNA leben und wissen, wofür man steht. Zurück zu den Wurzeln. Vor der Big-City-Club-Ära hat die Jugend eine große Rolle gespielt. Das zeigen allein schon die Erfolge. Die A-Junioren sind 2018 deutscher Meister geworden. Wirklich ein goldener Jahrgang mit viel Potenzial. Arne Meyer war der Mittelfeld-Motor. Schon davor debütierte er bei den Profis. Jessic Nunn kam, durfte oft als Joker im Sturm ran. Damals war er noch einer der Jüngsten. Im Jahr drauf spielte Hertha in der UEFA Youth League und kam bis ins Achtelfinale. Dort gab's dann den K.O. gegen Barca. So, Erfolge sind schön und gut, aber wichtiger ist, dass die Talente den Sprung zu den Profis schaffen. Bei Hertha klappt das immer wieder. Insgesamt 75 Akademiespiele haben später Einsätze in der 1. oder 2. Liga gehabt. Wenn es in Berlin nicht gereicht hat, gingen sie halt woanders hin und waren dafür gut gerüstet. Der Grundstein ist also da, und das ist die Akademie. Benjamin Weber ist das Gesicht der Ausbildung. Von 2014 bis 2022 hat er als Leiter des NLZ gearbeitet. Nach einem Jahr Pause ist er jetzt wieder bei der Hertha, und zwar als Sportdirektor. Das unterstreicht nochmal diesen neuen Weg. Er lebt den Verein, Stichwort Identifikation. Weber hat damals neue Strukturen aufgebaut. Das Trainings- und Medizinzentrum wurde zum Beispiel neu gestaltet. Also, er weiß, auf was man bei Talenten achten muss und was es für Hürden gibt, um sie zu den Profis zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn es die Wahl gibt, ein Talent und ein möglicher Neuzugang sind auf einem Level, er wird sich für das Eigengewächs entscheiden. Bei der Ausbildung ist natürlich das Zwischenmenschliche wichtig. Das Motto ist, das Talent bringt dich zu uns, der Charakter bestimmt deine Zukunft. In Berlin gibt's viele Kulturen, man kommt gefühlt aus anderen Welten. Da kann's auch mal Konflikte geben. So kommen wir dann zu einem grundsätzlichen Problem bei den Nachwuchsleistungszentren. Unbequeme Talente haben es oft schwer. Es fehlen die echten Typen. Frank Friedrichs war einer der Gründerväter der Hertha-Akademie. Leider hab ich kein Bild von ihm gefunden. Seit über 20 Jahren bildet er in Berlin Talente aus. Laut ihm haben die sogenannten Käfig-Kicker zwar eine Chance, Erfolg zu haben, aber Zitat, sie würden garantiert früher aussortiert werden oder müssten sich schnell anpassen. Ja, sie sind halt diesen rauen Fußball gewöhnt, sie haben Ecken und Kanten, sie sind auch mal unbequem und das kommt oft nicht so besonders gut an. Für Hertha BSC gibt's deshalb jetzt eine Herausforderung. Sie müssen das Image aufpolieren. Zurzeit ist man die graue Maus der Bundesliga. Keiner weiß, wofür der Klub so richtig steht. Okay, es heißt, auf die Jugend setzen, das möchte man. Das klingt zwar nett, das macht aber gefühlt jeder Verein. Es gibt den Kampf um die besten Talente. Wichtig wäre, finde ich, sich von der Masse abzuheben. Präsident Kai Bernstein hat gesagt, Berlin ist die Stadt der Fußballkäfige. Gefordert sind da Durchsetzungsvermögen, Kreativität, Vertrauen und Siegeswille. Das in Kombination mit einer Berliner Schnauze kann richtig gut passen. Das Ziel ist, Leute aus dem Fußballkäfig zu den Profis zu bringen. Ja, das würde tatsächlich richtig gut passen. Die Jungs von der Straße holen und dann ausbilden. Das wäre doch mal ein etwas anderer Weg. Man sollte natürlich die Straßenfußballer nicht verbiegen. Keiner sollte sie in der Schablone pressen und sagen, so müsst ihr jetzt sein. Es geht am Ende um Identifikation. Für die eigene Stadt zerreißt man sich. Um's mit einer Metapher zu sagen. Auf den Berliner Straßen liegt enorm viel Talent rum. Man müsste es halt aufheben und davon könnte der Verein langfristig profitieren. Kommen wir zur aktuellen Situation. Hertha BSC steckt im Abstiegskampf. Sportlich droht der Absturz und trotzdem gibt's einen Lichtblick. Die Eigengewächse haben viel Potenzial und das blitzt immer wieder auf. Beim 4 zu 1 Sieg gegen Borussia Mönchengladbach haben sie gefühlt im Alleingang den Sieg eingetütet. Das erste Tor erzielte Jessic Nankam wie ein typischer Mittelstürmer. Eine flache Flanke landet bei ihm und er schiebt ein. Das zweite Tor schoss dann Morten Dardai. Ein toller Weitschuss mit voller Gewalt. Der Ball traf die Latte und von dort ging er rein. Und das dritte Tor machte Derry Sherhand, der erst eine Handvoll Profi-Einsätze hat. Er behauptet sich gut und schoss dann den Ball rein. Klar sollte halt sein, für sie ist es eine schwierige Situation. Gerade ist viel Druck auf dem Kessel. Der Abstieg hat immer Konsequenzen für den Verein. Es gibt finanzielle Einbußen, weniger TV-Geld, die Sponsoreneinnahmen sinken. Die Last auf den Schultern ist groß und deshalb kann die Entwicklung auch mal stocken. Der Zeitpunkt jetzt auf Talente zu setzen, ist nicht optimal. Ein wichtiger Faktor sind deshalb die Anführer, die vorangehen. Fins Boateng in der Kabine, Tolga Chigertschi auf dem Rasen. Sie kennen den Verein, lieben die DNA, sie haben viel Erfahrung und wissen, wie hart der Profi-Fußball ist. Chigertschi setzt auch mal ein Zeichen, zum Beispiel mit einer Grätsche. Letztens wäre er fast vom Platz geflogen, weil er so wichtig ist, wurde er trotz dieser Gefahr nicht ausgewechselt. Das zeigt, sie können helfen und das bringt dann über kurz oder lang Stabilität. Wenn das klappt, können sie natürlich so auch dann den Talenten helfen und die Talente können profitieren. Ein weiterer Faktor ist noch der Spielstil. Bei Hertha ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen, auch wenn die Ergebnisse noch nicht stimmen. Trainer Sandro Schwarz will eine hohe Intensität sehen. Gallig sein, früh gegen den Ball arbeiten bzw. attackieren. Es sind auch spielerische Elemente zu sehen. Es klappt zwar nicht alles, aber es sind zumindest gute Ansätze. Was ein Vorteil für die Talente ist, in der Jugend wird dieser Stil vorgelebt. Auf der Hertha-Homepage steht, dass unter anderem der Wille sich zu behaupten gefördert wird, sprich die Arbeit gegen den Ball. Das sind wichtige Attribute und die Umstellung auf den Profi-Fußball kann so ein bisschen leichter fallen. Zurzeit gibt's einige Talente, die man im Auge haben sollte. Pascal Clemens ist Kapitän der U19, er ist Innenverteidiger und durfte im Wintertrainingslager schon mit dabei sein. Vom Trainer gab's öffentlich das Lob, als Typ gut in den Kader zu passen. Oder Lukas Ullrich, er ist Linksverteidiger. Ein typischer Schienenspieler, mutig in der Offensive. Sein Vertrag läuft halt am Ende der Saison aus. Viele Bundesliga-Klubs sind angeblich heiß auf ihn. Mal abwarten, was passiert. Ziehen wir ein Fazit. Der neue Hertha-Weg ist sehr gut zu sehen. Präsident Kai Bernstein will das jetzt vorleben, zusammen mit der sportlichen Chefetage. Benjamin Weber und Andreas Zecke-Neuendorf. Sie zeigen, was eben Hertha ausmacht. Diese Goldeseljahre sind vorbei, in dem viel Geld ausgegeben wurde. Jetzt kann man nämlich sagen, das hat überhaupt nichts gebracht, außer verbrannte Erde. Aber es gibt ja den Spruch, alles passiert aus nem Grund. Vielleicht war diese Chaoszeit nötig, um zu merken, dass ein Neustart nötig ist. Mit nem komplett neuem Personal in der Chefetage. Es wirkt so, als ob man jetzt bodenständig arbeiten will und den Verein in Ruhe aufbaut. Ein Abstieg ist aber nie gut. Es wirft dich um Jahre zurück. Deshalb müssen jetzt alle kräftige Bündel werden. Wie gesagt, fußballerisch ist das nicht so schlecht. Von daher, das Fundament ist da. Und das macht Mut für die Zukunft. Über die turbulente Big-City-Klub-Zeit hab ich im ZDF-Boltz-Platz ausführlich geredet. Es ist krass, was da alles abgegangen ist. Hier ist das Video für euch verlinkt. Deutlich besser sieht's bei Union Berlin aus. Ob sie Deutscher Meister werden können, hab ich auch analysiert. Die Ausgabe ist frisch online, da ist sie für euch verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich Gut Kick, haut rein und ciao. Einen